Im Januar 2020, circa ein Monat nach Veröffentlichung des Peppermint 10 Releases von Peppermint OS, ist der CEO und Projektleiter von Peppermint OS, Mark Grievous, völlig unerwartet verstorben. Mark Grievous war im Forum eher bekannt unter dem Namen PCNetSpec und ja, er war tatsächlich ein sehr beliebtes Mitglied in dieser Community. Denn er hat auch dafür gesorgt, dass Diskussionen und auch Bug Reports und so weiter und auch Hilfen untereinander immer fair und freundlich begangen wurden. Mit dem Tod von PCNetSpec ist das Projekt Peppermint OS zeitweise ziemlich lange auf Eis gelegen. Einige Peppermint Fans dachten tatsächlich, das ist auch das Ende von Peppermint OS. Aber dem ist tatsächlich nicht so, denn jetzt vor ein paar Tagen ist Peppermint die PCNetSpec Edition rausgekommen. Das ist eine Version, eine neue Version, ein neues Release von Peppermint OS, welches diesmal keine Release Nummer bekommt. Und ja, wenn eine Distribution keine Release Nummer bekommt, bekommen so Plattformen wie DistroWatch immer so ein kleines Problem. Und mit Erlaubnis der Entwickler durfte dann das Veröffentlichungsdatum als Release Nummer entsprechend angegeben werden. Und ja, das neue Peppermint OS-Release widmet sich voll und ganz dem Andenken an Mark Grievous, a.k.a. PCNetSpec. Und das schauen wir uns heute mal an. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachtmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und ja, heute installieren wir Peppermint OS. Und wenn man sich auf der Webseite peppermintos.com befindet, dann kommt man hier direkt in den Download-Bereich und dann kann man direkt hier Peppermint OS herunterladen. Das habe ich bereits getan und werde jetzt hier mal ganz fix eine virtuelle Maschine aufsetzen. So, wo haben wir es? Da ist Peppermint. Einmal auswählen. So, Peppermint basiert auf Debian 11. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal Debian 11 auch eingeben. So, wir vergeben jetzt hier einfach mal ein bisschen RAM. Da habe ich ein bisschen was übrig. So, 50 GB Festplattenspeicher sollten auf jeden Fall ausreichen. Und hier nennen wir das Ganze auch Peppermint OS. So, Konfiguration noch bearbeiten. BR ist mein NAT. Fertig. So, wir machen eine UEFI-Installation, wie immer. Einmal speichern. Aktivieren das CD-ROM-Laufwerk. Und das war es auch schon. Wir können mit der Installation loslegen. So, wenn die Disk eingelegt ist, dann startet als erstes diese schöne Grub-Bootloader. Ich nehme mal an, dass das Grub ist. So genau wissen tue ich es nicht. Hier gibt es noch einige Utilities. Da kann man dann direkt in die Firmware rein booten. Man kann einen Recovery durchführen. Aber wir starten jetzt direkt in die Live-Umgebung von Peppermint OS. So, dort angekommen werden wir begrüßt mit einem Welcome-Bildschirm. Den werde ich jetzt aber erst mal schließen, denn den schauen wir uns gleich nach der Installation an. Als allererstes möchte ich mal ganz fix meine Bildschirmauflösung etwas anpassen. Dazu werde ich jetzt hier einfach mal AR&R verwenden. Das gibt noch die normale Einstellung, aber wir nehmen jetzt einfach das. So, das genügt. So, hier haben wir auch das schöne Hintergrundbild Peppermint PC-Net Pack Edition. Und hier gibt es dann den Punkt Install Peppermint. So, eine kleine Änderung. Oder es hat in dieser Version von Peppermint OS einige Änderungen gegeben. In Bezug auf den vorherigen Versionen. So wurde zum Beispiel der Ubuntu-Installer namens Ubiquity ersetzt durch diesen Installer hier. Der sich Calamares nennt. Und Calamares haben wir in der Vergangenheit schon verwendet. So, dann einmal Deutsch ausgewählt. Dann wird das hier auch alles als Deutsch schon eingestellt. Zeitzone ist Berlin. Das ist richtig. Tastatur kann so bleiben. So, bei der Partitionierung, da können wir hier auswählen. Hier oben findet ihr schon EFI-Partition. Er hat also erkannt, dass es sich hier um eine EFI-Installation dann handelt. Hier ist dann meine Festplatte. Es gibt nur die eine. Und wenn ich jetzt hier einfach draufklicke, zeigt er mir an, dass er eine 300 MB EFI-Partition erstellt, eine Hauptpartition und 8,8, also fast 9 GB Swap-Partition. Brauche ich eigentlich nicht. Ich lasse es jetzt aber bei den Standardeinstellungen. Ansonsten müsste ich den ganzen Knatteradatsch jetzt hier manuell nochmal partitionieren. Das brauchen wir nicht. So, wir lassen es so einfach, wie es ist. Benutzer ist Typ. Dann haben wir hier die Pepperbox, nenne ich das Ganze. Und dann noch ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Dann einmal weiter. Hier wird nochmal alles zusammengefasst und dann installieren. Das ist eben auch das Schöne an dem Calamaris-Installer. Der ist super, super einfach und intuitiv zu bedienen. Es gibt also nichts, was man hier großartig beachten muss. Hier bei diesem Willkommensbildschirm oder bei diesem kleinen Slide sehen wir schon einige kleine Veränderungen, die wir uns dann aber gleich nochmal anschauen werden. Genau, warten wir erstmal ab, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist fertig und wir können das System neu starten. Und schon ist die Installation durch und wir befinden uns hier auf dem Desktop. So, als allererstes wieder die Auflösung anpassen. Diesmal mit dem Anzeigen-Einstellungsprogramm. Einmal übernehmen. Bleibe halten. Fertig. So, und ja, wenn wir Peppermint OS das erste Mal starten, dann werden wir hier begrüßt mit diesem Welcome to Peppermint. Und das ist ziemlich wichtig auch, denn hier müssen wir die nächsten Schritte durchgeben. Nämlich Install Webbrowser, denn mit der neuen Version von Peppermint OS gibt es keinen installierten, vorinstallierten Webbrowser mehr. Den müssen wir uns jetzt quasi aussuchen. Einmal Passwort rein. Und dann haben wir hier, ja, Select Your Software Package heißt das. Und dann können wir hier schon mal ein paar Softwarekomponenten aussuchen, was wir denn haben möchten. Das, was so bräunlich hinterlegt ist, ist bereits vorinstalliert schon. Und hier können wir uns dann auch entsprechend, ja, einen Browser aussuchen. Ich gehe hier mit Firefox, weil alles andere sagt mir jetzt hier nicht so zu. Dann einfach auf Install Selected. Dann wird alles heruntergeladen und installiert. Und installiert wird die Extended Release Version von Firefox. Also nicht die neueste Version 93 oder so, sondern eine, ja, recht alte, aber sehr stabile Version von Firefox. Nämlich die Version, ich glaube, 78 oder 75. Schauen wir mal. So einmal hier. Help, About. Und ja, 78 ESR. Und das liegt eben daran, dass sich Peppermint ausschließlich den Debian Stable Mirrors bedient. Das heißt, alle Pakete sind Debian Stable Pakete. Und deswegen hat man hier oft auch nicht die brandneuste Software drauf. So, wenn man den Browser, wenn du den installiert hast, hast du alles auf Englisch. Das ist aber kein Problem. Dann einfach auf Preferences. Dann ein Stückchen herunterscrollen. Hier, wo Englisch steht, einfach Set Alternative anklicken. Dann auf mehr Sprachen. Gehe wie German. Hier. Hinzufügen. Okay. Anders als bei den neueren Firefox-Versionen, muss man hier den Firefox einmal neu starten. Damit das greift. Das machen wir auch mal. So, jetzt ist einmal neu gestartet. Und jetzt ist das Menü auch komplett auf Deutsch. Ich persönlich finde, das mag zum Beispiel auch diese obere Leiste hier nicht. Ich hätte gerne, dass die obere Leiste verschwindet, sodass ich mehr Platz habe für meine Internetseite. Das kannst du hier einfach auf Anpassen klicken. Und dann hier ganz unten links Titelleiste den Haken einfach raus machen. Und dann ist oben diese Titelleiste weg. Und die Kreuzchen und so weiter, das befindet sich dann hier rechts. Finde ich persönlich sehr viel schöner, weil so ist man dann noch platzsparender unterwegs, anstatt man da noch irgendwie so eine Leiste zusätzlich hat. Das ist aber Geschmackssache. Das muss natürlich jeder für sich wissen. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben in unserem Peppermint Welcome Menü. Hier gibt es die Peppermint Extras. Und die können wir mal uns anschauen. Und zwar gibt es noch ein paar Themes, die wir nachladen können. Nämlich diese alle. Und da sage ich doch einfach mal Install. Dann möchte er erst mal die Codeberg Connection überprüfen. Überprüfen, das ist wahrscheinlich der Server, wo das alles drauf steht, also drauf ist, wo das dann jetzt gezogen wird. Und dann einmal auf Install. So, dann wird das alles installiert. Und dann schließt sich das hier leider nicht, sondern ich gehe dann einfach auf Cancel oder hier oben auf das Kreuz. Das ist egal. Und dann ist das alles installiert. Das gleiche machen wir jetzt noch mit den Icons. Einmal Install. Check. Und Install. Jetzt fragt er nach dem Passwort. Und jawohl. Das braucht ein bisschen. Und dann sind auch die Icons alle installiert. Und zum Schluss noch die Wallpaper. Die möchte ich auch noch haben. Nämlich noch 47 schöne Peppermint Wallpaper, die vom Peppermint Team auch kreiert wurden. Die schauen wir uns dann auch gleich noch an. Einmal Check. Einmal Install. Und das war es schon. So, und dann hätten wir diese Extras im Prinzip installiert. Jetzt habe ich das Welcome zugemacht. Rein theoretisch müsste jetzt das Menü nochmal öffnen. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Dann öffnen wir es einfach nochmal. So, dann der nächste Punkt ist das ICE Tutorial. Das ist leider auf Englisch, ist aber gar nicht so schwer zu verstehen. Und zwar, vielleicht kennst du ja bei Linux Mint gibt es ja die Möglichkeit, Web-Apps quasi zu erstellen und abzuspeichern. Und was anderes ist ICE im Prinzip auch nicht. Also hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte hier YouTube, eine YouTube-App quasi haben. Dann nehme ich hier www.youtube.com. So, hier wähle ich dann aus, wo im Menü hier das Ganze dann zu finden sein soll. Ich möchte das unter der Rubrik Internet nachher zu finden haben. Dann kann ich hier noch ein Icon auswählen. Das kann man leider, also hier an der Seite kann man dann die Vorschau entsprechend sehen. Ja, ich nehme jetzt einfach hier Video, Video Display. Einfach so aus Testgründen jetzt. So, und dann ist das Ganze fertig. Dann einfach auf Apply. Ja, und das war es im Prinzip schon. Wenn ich jetzt hier auf Remove klicke, sehe ich hier schon das Symbol. Und wenn ich jetzt hier in das Menü gehe, Internet, und dann sehe ich hier den Eintrag YouTube. Wenn ich einmal draufklicke, öffnet sich im Prinzip eine Firefox-Instanz ohne Menü, sondern nur mit dieser Webseite. Und so kann ich quasi auch meine Webseiten oder Web-Applikationen, Web-Anwendungen direkt als eigenständiges Menü, einem Menüpunkt hier entsprechend eintragen. Also ähnlich wie den Web-Apps von Linux Mint. So, wie kann ich das Ganze jetzt wieder löschen, wenn ich das Ganze nicht haben möchte oder diesen einen Menüpunkt wieder entfernen möchte? Gehe ich einfach wieder auf Ice, dann auf Remove, klicke das an, Remove. Und das war es und weg ist es. Jetzt ist YouTube hier auch wieder weg. Gut, das Ganze kann man dann hier durchlesen. Und ja, dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Das sogenannte Pepp Hub oder eigentlich, ja, alles Peppermint Hub im Prinzip, ist quasi eine kleine Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten, die man so braucht, um Peppermint OS einzustellen. Das sind, all das findet man normalerweise auch ganz regulär im Einstellungsmenü. Aber hier haben sich die Entwickler gedacht, wir fassen das einfach alles in unserem eigenen kleinen Peppermint Hub zusammen. So kann ich dann hier zum Beispiel schon mal einen neuen Benutzer hinzufügen oder auch einen bestehenden bearbeiten. Ich kann hier die Barrierefreiheit bearbeiten entsprechend, komme von hier aus auch direkt in die richtigen XFCE-Einstellungen. Ja, denn XFCE ist der Desktop, ist die Desktop-Umgebung. In der Vergangenheit war es immer LXDE. Das Ganze ist jetzt entfernt worden und hier nutzt man jetzt ausschließlich XFCE 4.16. So, hier finde ich dann auch alle notwendigen Einstellungen. Hier gibt es dann noch Appearance. Hier kann ich dann entsprechend das Thema auswählen. Am Anfang bleibt das ein bisschen hängen, da nicht erschrecken. Das kann ein paar Sekunden dauern. So, jetzt hat er das auch fertig geladen. Das ist, weil es ein bisschen sehr viele Themes sind, eh die einmal durchgeladen ist, da verschluckt er sich dann manchmal hier ein kleines bisschen. Und dann kann ich hier entsprechend die Themes einmal durcharbeiten. Mir gefällt zum Beispiel ArcDark einfach sehr gut. Ja, und hier gibt es dann auch noch direkt Peppermint eigene Sachen. Blue, BlueDark und so weiter. Ach, das nehmen wir mal, das BlueDark, das passt ganz gut. Oder haben wir noch ein anderes? Ach, nehmen wir mal RedDark. RedDark passt auch. Das ist Rot mit dem Rot im Hintergrund. Nehmen wir RedDark. Ja, dann hier habe ich dann noch die entsprechenden Symbole. Da ist zum Beispiel Epapyrus drin, beziehungsweise Pepyrus heißt das hier. Das ist wahrscheinlich auch eine Art Stable-Version. Ja, und noch viele andere Symbole mehr. Wer da sich ein bisschen ausprobieren möchte und so weiter und so fort. Gut, soll erst mal reichen. Hier gibt es dann noch die Einstellung für das Panel hier unten. Das kann man wirklich schauen, wo man das dann haben möchte. Waagerecht, senkrecht, wie groß die Symbole sein sollen, ob die automatisch verschwinden soll, die Leiste. Dann kann man auch noch hier weitere Leisten einfach hinzufügen. Überhaupt kein Problem. Ich kann also hier oben dann auch noch eine Leiste hinmachen. Ja, und ja, da kann man sich dann auch entsprechend durcharbeiten und was die Leiste eben auch alles anzeigen soll. So, die Notification Settings ist ziemlich interessant, denn je nachdem, was gerade so auf dem System passiert, entsteht ja hier oben dann immer so eine kleine Benachrichtigung. Das können wir mal austesten. So, ja, hier ist die Benachrichtigungsvorschau. So würde die dann immer aussehen. Und hier kann ich dann entsprechend einstellen nach dem Theme, wie es denn überhaupt auszusehen haben soll. Da gibt es zum Beispiel hier das hier, finde ich auch sehr witzig. Also, ja, die 90er Jahre haben angerufen und wollen ihr Design wieder zurück. So, ich belasse es einfach bei Default. Das ist, denke ich mal, so am schönsten. Und ja, da kann ich dann auch noch entscheiden, ob die Animation, jetzt wird das ja einfach ausgeblendet nach einer Weile, wenn man das jetzt kurz abwartet. Ja, so wird es ausgefadet. Und dann kann ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Nachricht eingeblendet habe, dass dann nach einer gewissen Zeit, nach 10 Sekunden, dass das Ganze dann einfach so rausgeschoben wird, hinausgegleitet, hinausgeglitten wird, hinausgegleitet, dass sich das einfach hinausgleitet. Okay, so, das sind dann die Benachrichtigungseinstellungen. Und dann kann ich hier noch einstellen, die Standardeinstellungen oder Standardanwendungen für bestimmte Sachen. Ein E-Mail-Programm habe ich jetzt nicht installiert, deswegen steht hier auch keine ausgewählt. Und genau, bei Dateiverwaltung, das ist interessant. Es sind nämlich zwei Sachen vorinstalliert, nämlich einmal Nemo und Tuna. Tuna war bisher, ich werde jetzt hier einfach mal schnell Tuna so aufrufen. So, Tuna war bisher der Standard-Dateimanager für LXDE, ganz klar. Tuna. Und das Ganze wurde jetzt ersetzt, obwohl Tuna ja jetzt immer noch installiert ist, so wie man das jetzt hier sieht, wurde das Ganze aber hauptsächlich ersetzt durch Nemo. So, wenn ich jetzt hier mal Nemo öffne, sieht im Prinzip fast genauso aus, hat hier unten ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, hier auch. Das ist jetzt der neue Standard-Dateimanager. Und wenn mir das aber nicht gefällt, wenn ich das nicht haben möchte, dann kann ich hier einfach auf Tuna umschalten, ja, wenn ich Nemo jetzt nicht so mag. Genauso ist das mit den Terminals. Es gibt also zwei Terminals, die hier vorinstalliert sind. Einmal das XFCE-Terminal und Gnome-Terminal, wo da eben das XFCE-Terminal als Standard-Terminal hier aktiviert ist. Gut, soweit zu den User und Tweaks. Dann gibt es noch den Punkt Netzwerk und Hardware hier im Peppermint Hub. Hier kann ich dann einen Drucker hinzufügen. Hier habe ich dann Zugriff auf die Laufwerke, die ich eingebunden habe in meinem System. Dann Puls-Audio, Lautstärkeregler. Habe ich hier dann für Akku, also für akkubetriebene Geräte, wie zum Beispiel halt Notebooks, hat man dann hier noch die Energieverwaltung, die dann sehr wichtig ist. Keyboard, Maus, auch hier die Display-Einstellung kann ich hier auch nochmal durchführen. Das hatten wir ja eben schon gemacht. Und ja, und ebenfalls ein ganz interessanter Punkt ist dann System und Software. Es ist so, es gibt hier bei Peppermint OS kein eigener Paketmanager, also Pepper oder kein eigener Spiegel-Server, sagen wir es mal so. Und somit auch kein eigener Store. Peppermint OS bedient sich zu 100% ausschließlich an Debian. Das heißt, alles, was jetzt auf dem System läuft, ist Debian quasi, 100%. Und ergo gibt es im Prinzip erstmal nichts weiter. Wenn ich aber dennoch einen schönen Software-Store haben möchte, dann kann ich hier zum Beispiel den GNOME Store installieren. Wenn ich hier auf Select Packages gehe, dann muss ich hier das Passwort eingeben und dann komme ich im Prinzip an dieselbe Stelle hin, wo wir vorhin den Browser schon ausgewählt haben. Hier Firefox, den haben wir ja eben schon installiert und hier ein paar kleinere Anwendungen noch. Jetzt kann es aber sein, dass ich das GNOME Software Center lieber haben möchte, weil mit einem Art App Store ist das vielleicht sehr viel angenehmer, um Programme herunterzuladen. Dann kann ich das direkt mit dem GNOME Store machen. Und glücklicherweise, wenn ich jetzt hier draufklicke, werde ich auf die GNOME Webseite ja umgeleitet. und das ist gar nicht so notwendig. Wenn ich jetzt hier auf Select Packages gehe, dann kann ich alle notwendigen Packages quasi einfach installieren. Zum Beispiel das GNOME Software Center. Flatpacks möchte ich vielleicht auch noch haben. Und ja, warum auch nicht? Lass uns doch ruhig auch die Snap Packages ebenfalls mit installieren, wenn du Snaps ebenfalls magst. So hast du auch eine riesengroße Softwareauswahl. Dann einfach auf Installieren klicken und dann eben entsprechend abwarten. So, wenn die Installation dann zu Ende ist, dann kann das Fenster entsprechend geschlossen werden. Und dann können wir mal schauen, ob wir das Ganze jetzt hier finden. Das sollten wir finden unter, ich glaube, Zubehör. Zubehör. Doch nicht. System. System und dann auf Software. Hier finden wir dann Software. Und willkommen zu GNOME Software. Gehen wir einkaufen. Und jetzt sagt er auch, es werden keine Anwendungsdaten gefunden. Das ist ganz normal bei der Erstinstallation vom GNOME Store, dass der da noch nichts findet. Denn tatsächlich ist mir aufgefallen, ich muss mein System einmal neu starten. Damit das dann erkannt wird. Das machen wir jetzt mal ganz fix. Und ich werde jetzt hier nicht irgendwie auf Pause drücken oder so, sondern ich lasse das Ganze jetzt hier einfach mal live neu starten. Schon alleine, dass du auch siehst, wie schnell Peppermint OS wirklich ist. Also es ist jetzt hier alles live. Passwort rein. Und schon sind wir wieder drin. Und dann hat er hier auch dann die Software dann angezeigt, alles. So, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist noch Flatpacks und Snaps ebenfalls hier zu aktualisieren. Denn wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich hier oben nur, also auf eine Anwendung, dann sehe ich hier oben als Quelle eben nur Peppermint, also sprich das Debian-Paket. Also es wird dann hier von Debian Stable heruntergeladen. Und ich möchte aber eben, dass die Software entsprechend auch aus den Flatpacks heruntergeladen wird. Zum Beispiel oder eben auch aus den Snaps, wenn ich das dann haben möchte. Und dazu suche ich hier einfach GNOME, Bindestrich und dann Software. So, hier hat er das schon gefunden. So, das ist ja im Prinzip das Software Center, so wie wir es installiert haben. Und dann gibt es hier die Punkte Flatpack-Unterstützung. Ja, einmal legitimieren und dann noch einmal Unterstützung von Snaps. Einmal auch noch aktivieren. So, jetzt hat er das gemacht. Wenn er einmal so geflackert hat, dann hat er das. Und dann bitte einmal neu starten, also das Software Center neu starten. Und wenn er jetzt den Katalog herunterlädt, werden erst mal nur die Snaps geladen. Jetzt sehe ich hier nämlich auch schon, haben wir schon Bitwarden, Spotify, Krita und so weiter. Das Ganze wurde uns bis eben noch gar nicht angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Spotify draufgehe, sehe ich aber auch nur, dass es nur der Snapstore im Prinzip anbietet, aber immer noch nicht Flatpacks. Also Flatpacks werden immer noch nicht angezeigt. Und das liegt daran, dass wir, um Flatpack zu integrieren, müssen wir noch einen ganz, ganz kleinen Schritt noch durchführen. Dazu öffnen wir einfach den Flatup. Also ich gehe einfach auf flatpack.org und dann auf Get Setup. Hier gehen wir dann auf flatpack.org. Und da wir ja hier das Peppermint Logo nirgendwo sehen, wir aber wissen, dass es sich um einen Debian handelt, klicken wir hier jetzt auf Debian drauf und führen jetzt so ein Stück weit alles das durch, was jetzt hier steht. Flatpack installieren brauchen wir nicht. Das haben wir bereits getan. Es ist bereits installiert. Und jetzt müssen wir noch dieses Software Plugin Flatpack installieren. Ich glaube, dass es ebenfalls schon installiert. Ich habe das jetzt einfach mal kopiert. Werde das jetzt hier in der Konsole einfach mal einfügen. Also sudo natürlich davor, weil wir Root-Rechte brauchen. sudo apt install gnom software Plugin Flatpack. So wollen wir mal schauen. Und jawohl, da sagt er auch schon, ist die neueste Version. Hier ist schon die neueste Version. Haben wir also schon drauf. So, jetzt müssen wir aber Flatpack noch als Repository entsprechend hinzufügen, damit das Gnome Software Center eben die FlatHub Repositoris auch durchsucht, damit wir dann da was finden. Und das machen wir ebenfalls mit sudo. Und dann füge ich das einfach ein, diesen Text, der hier steht, Flatpack, Remote Add, If Not Exist und so weiter. Und dann klicke ich einfach auf Enter und dann war es das auch schon. Also da wird jetzt nicht viel Rückmeldung kommen, sondern das reicht dann auch schon aus. Und dann steht hier auch Restart Your System. Das ist nochmal ganz wichtig. Es muss wirklich das gesamte System nochmal neu gestartet werden. Und das ist überhaupt kein Problem, weil ich freue mich ja so sehr bei den Neustarts, dass die eben so schnell gehen. Das heißt, ich brauche dann auch nicht allzu lange warten. So, hier sind wir schon im Grab Menü. Jetzt kommt einmal das Peppermint Bonbon und dann sind wir in der Login Maske. Und dann sind wir auch schon wieder drin. So, dann können wir mal schauen. System, Software. Und hier sehen wir jetzt auch Flatpack-Metadaten für FlatHub werden geholt. Das heißt, er zieht sich jetzt alle Informationen aus dem FlatHub, zieht er sich jetzt runter, sodass wir dann eben auch Flatpacks installieren können. So, jetzt hat er dann alles hier vor sich. Jetzt können wir nochmal auf Spotify gehen. Sehen wir hier erstmal noch den Snap Store. Das liegt jetzt daran, dass es ja nicht mehr dieses eine Programm Spotify gibt, sondern es gibt jetzt mehrere. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt ein Flatpaket haben möchte von Spotify, ein FlatHub-Paket, dann muss ich hier Spotify nochmal separat suchen. So, und dann habe ich hier nämlich zweimal. Einmal hier unten, Musik for Everyone und hier oben Online Music Streaming Service. Wenn ich hier oben gehe, dann fehlt hier oben nämlich und ich sehe hier dlflathub.org. Ja, also hier oben fehlt dann die Auswahl und dann kann ich hier einfach das FlatHub installieren. Das braucht dann den einen oder anderen Moment, je nachdem. Da werden ja noch ein paar Abhängigkeiten noch nach installiert. Und wenn die Installation dann durch ist, dann finden wir Spotify hier unten im Menü unter dem Punkt Multimedia. Ja, hier ist Spotify. Kann man dann öffnen und das funktioniert wunderbar. Kann ich mich dann entsprechend einloggen. Gut, und zum Entfernen ist im Prinzip genauso einfach. Einfach auf Entfernen drücken. Einmal Jawohl. Bestätigen. Und dann wird das Ganze entsprechend entfernt. So, und fertig. Ganz einfach. Und hier ist es auch schon wieder weg. Ne, ist so ja noch da. Aber nach einem Neustart dann ist dann dieses Symbol dann auch weg. Also wenn ich den Rechner nochmal neu starte. Gut, soviel zum Thema Software Center. Also ich kann hier ganz normal ein Software Center benutzen. Wie gesagt, such dir deine Software, die du haben möchtest. Such dir hier oben am besten und dann wähle aus, ob du das als Snap haben möchtest oder als Blatt-Paket. Gut, ja, dann schauen wir mal noch ganz fix in die Einstellungen des gesamten Systems. Wir wollten ja mal noch ein paar Hintergrundbilder uns anschauen. Die haben wir ja extra heruntergeladen. Muss ich auch mal schnell schauen, wo ich die ganzen Sachen denn finde. Vielleicht unter Schreibtischeinstellungen. Ja, kommt hin, ne? So, machen wir mal das Ganze größer. Wir können, glaube ich, auch Vollbild machen. So, hier sind dann die ganzen wunderschönen Bilder, die wir hier noch so runtergeladen haben. Und man sieht auch so diesen Stil, diesen, äh, das Weinrote ist so der Hauptstil. Das zieht sich dann quasi so wie ein roter Fahnen durch. Ja, so ein bisschen dunkler. Es geht auch ins Graue. Ja, hier sehen wir dann, äh, eine, eine schöne, eine schöne Waldszene mit Licht. Und hier dieser kleine Gnome oder Zauberer, das ist im Prinzip der Avatar von Mark Grievous. Der ist, äh, mit diesem Avatar war ja online immer zu finden. Ja, äh, hier sehen wir auch nochmal Remembering PC Netzbeck. Alles im Eichen und im Andenken des ehemaligen CEO von Peppermint US. Hier haben wir dann auch nochmal den Wald. Wald als Symbol für Ruhrstädte. The Mark Grievous Edition. Oder auch hier dann PC Netzbeck Edition. Aber es gibt dann natürlich auch noch ein paar neutrale Backgrounds, wie zum Beispiel das hier. Oder auch das hier finde ich sehr, sehr, sehr schön. Dann in 3D. Und ja, da denke ich mal, ist auch für jeden irgendwie was dabei. Und, äh, ja, dann war es das im Prinzip schon. Ach so, ja, ich will mal noch ganz fix, äh, einen Blick in den Kerne werfen. So, es ist die Version 5.10 und somit der, ja, neuste Stable oder besser gesagt, der neueste oder der aktuellste LTS-Kerne, wenn ich mich nicht irre. Äh, ich könnte mich natürlich jetzt auch irren. Schreib's mir ruhig mal in die Kommentare, äh, ob wir jetzt Anfang Februar 2022, ob ich mich da irre oder nicht. Wie dem auch sei, das war meine kleine, äh, Präsentation von Peppermint OS. Es ist wirklich ein sehr, sehr süßes Bonbon, äh, auch, äh, unter den Umständen des, äh, ja, vor zwei Jahren geschiedenen, äh, Hauptprojektentwicklers. Äh, ich bin sehr, sehr froh, dass sich das Entwicklerteam nicht hat, äh, unterkriegen lassen, sondern sich nochmal zusammengerauft hat. Trotz dieser langen Pause jetzt und, äh, wirklich was Einzigartiges, was Tolles geschaffen hat. Also, Peppermint OS ist wirklich das Debian für diejenigen, die es eben nicht so technisch mögen. Ja, es gibt das Welcome Hub und das Peppermint Hub, die einen wirklich ganz, ganz dolle unterstützen bei der Einrichtung des Systems. Das macht Peppermint tatsächlich sehr, sehr besonders für Anfänger. Des Weiteren läuft Peppermint auf jeden Fall auf so ziemlich allen alten Geräten, die es noch so gibt, die noch so im Umlauf sind. XFCE ist ja auch nicht dolle Ressourcen hungrig und, äh, gerade haben wir ja auch gesehen bei den Neustarts, die ich durchgeführt habe. Also, es hat ja nur wirklich ein paar Sekunden gedauert, also noch nicht mal eine Minute oder so, bis das Gerät wieder neu gestartet hat. Es ist also auch sehr, sehr schlank. Es wird nicht mit Software zugemüht, ganz im Gegenteil. Get what you need ist hier, äh, denke ich mal, der beste Spruch, den man da nennen kann, ja. Nimm wirklich, installiere das, was du brauchst. Und dafür funktioniert das dann auch zu 100% sehr, sehr zuverlässig. Denn es handelt sich hier immer um LTS-Software, also um Software, die einen Long-Term-Support hat und somit wirklich absolut stabil und schnell läuft. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.